sehr gut sie dir das an was ist das junge sie mal die seite ist mit runen beschriftet und man gleich ich kann mal gucken was hier neu ist okay verstehe soll ich dir die runen vorlesen was steht da niemals werde ich allein wie wir 243 gemeinsam sein ein rätsel vielleicht ist sie irgendwo ein hinweis ein hinweis sie drehen sich kommt wieder runter ja okay man muss halt rechtzeitig werfen das muss ich sehr schön der war auch richtig das müssen wir nur erwarten hat sich noch nicht viel getan zu früh das war ein bisschen zu früh jetzt haben wir es sehr gut ich sehe ruhen junge was bedeuten die runen da steht das ist kein hinweis das ist die antwort kann ich allein niemals sein stimmt schreibe die runen mit einem messer in den sand wirklich das ist das geräusch aber ganz weit weiter geht ne Junge, wie nervig Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben Aber noch froher, dass wir von hier verschwinden Das liegt jetzt hinter uns Noch eins Gesicht der Magie Junge, ist das nervig Und er läuft weiter Natürlich Hät jemand gelagert? Also gerostet Gerostet und nicht gerostet Junge, ist das nervig Okay, da ist was Hier kommen wir nicht lang, ne? Nö, okay Wir müssen hier lang Was machst du? Bin hier Moment Was macht er da? Junge Diese Spuren Hm Ein Keiler? Nicht sicher Ich finde ihn Bloß Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen Joa Nach mir habe ich es mir gedacht Dass sowas kommt Ich bin so weit Junge Jetzt kommt die noch Feuer Ja Autsch Ja Tschüss Ah, war wohl nichts Mh, mh. War wohl nichts. Mh, mh. Ja, aber... Schon wieder so'n kleiner Scheiß, ne? Das war knapp. Das war knapp. Sag mir, wann! Mh, mh. Jetzt? Ist ja noch einer. Mh, mh. Junge, Junge. Ist ja nervig. Ich bin bereit! Ach, bist du das? Schön. Machen wir so. Oh Gott, das sendet ihr auf mich. Da kam noch einer. Autsch, ich brenne. Da ist ja noch einer. Hier. Ich werde dieses Mal getroffen, ne? Gib her. Ich brauch ein bisschen Leben. Junge. Er war immer noch auf dem Boden, ne? Kann das sein? Warte, du bist echt verletzt! Ja, ich weiß. Oh, ich verletzt bin. Aha. Bin soweit. Bin soweit, ne? Gewöhnt man sich daran noch? Aber er war schon platt. Was haben wir denn da? Ivaldis Ambers. Schwerer Unangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner in einen Wirkungsbereich einfriert. Okay, das ist cool. Das ist cool. Gut, dass ich B gedrückt habe. Ah. Präsitionswurf-Kombo. Drücken Sie Y, wenn das Aufleuchten nach einem Präsentions- Präsentions- Bläh. Präsentions-Achtswurf- Schwachpunkte und Kopftreffer, um die Libertan-Achts rückzurufen und den nächsten Wurf der oder Nahkampfangriff auszuführen. Ups. Halten Sie beim Zielen der T-Geduld, um die Libertan-Achts aufzuladen. Aber das ist schon besser, ne? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das machen wir auch einfach nochmal. Halt er T-Gedrückt, um einen gnadenlosen Spalt-Achtsangriff auszuführen, der massiven Schaden verursacht. Halten Sie RP gedrückt, um einen Axt-Achtsangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einem Komma aus gleichen Angriffen ausgeführt wird. Geil, das ist auch cool. Okay, haben nichts mehr. Gezielter Schuss, Gegner in der Luft erleiden wir Schaden. Schwäche aufdecken, wenn Atheos Gegner wirkt. Nehmen Sie mir Schaden. Den haben wir gerade an, hier. Ich würde den nehmen. Ich würde das ja nicht machen. Wir können die auch noch leaven, ne? Ich kenne nur GP. Verstehe. ABRT gedrückt halten. Was ist das? Also, ich verstehe. Okay. Ja. Man muss erst mal gucken, wie was läuft. Zack. Jetzt haben wir das. Ich muss mir das gleich mal runterbringen. Ups. Hallo, was machst du? Ja. Hier. Was steht da? Die Ruhnen stehen für die drei Nornen. Nornen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut? Folge mir, Atheos. Wir haben noch was. Und wollen wir die letzte davon? Wo kommen wir hier hin? Wir sind überall wild, wie immer. Was haben wir da? Hacksilber. Wir haben hier eine gehabt. Wir haben da eine gehabt. Und da war noch eine. An der Ecke, die ich gerade nicht gesehen habe. Nice. Die da. Wir müssen schneller sein, ne? Ja, müssen wir. Oder müssen wir die Dage vornehmen? Wir könnten die Tore öffnen. Okay, jetzt. Wir müssen uns mal ein bisschen schneller machen. Und drei von drei. Sie haben drei Idonen-Äpfel gesammelt. Mit maximaler Gesundheit erhöht. Okay. Wo geht's da rein? Ist das denn hier so vibriert? Ich muss da vorgebriert. Und jetzt da hoch. Na komm. Danke. Ach ja. So ist das. Was haben wir da? Sieh her. Interessant. Sollte ich mir aufschreiben? Wissen hinzugefügt. Gebt an Odin. Nimm hier unsere Opfern an mächtiger Allvater und Erlösung mit Gott von Helz. Wederjagt Odin Weisester von allen, dessen Atem Asgra und Embla den ersten in unserem Volksleben einhauchte. Wir bitten euer Schutz und sendet eure stolzen Valkyren und erschlagt die Todeslosen und sendet eure stolzen Söhne Thor und Baldur um uns zu schützen und sendet Drachen um die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seelen auf das wir euch auf ewig dienen mögen. Odin hat diese Nachricht vorhin nie bekommen. Nicht bekommen. Oder es war ihm egal. Okay? Jo. Wir müssen nach hinten jetzt machen, ne? Und da haben wir, da haben wir hier noch irgendwas fliegen vielleicht? Ich will mal gucken. Was haben wir hier? Okay. Gut, dass ich so neugierig bin und immer noch guck. Da oben ist etwas. Ach da. Da war was. Meinst du? Da war was. Dann wollen wir mal weiter. Braucht man nicht, naja. Junge, ich könnte ein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste's. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. War doch wieder klar, dass das nicht klappt. Irgendwie. Machen wir hier noch was? Null. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Oh, komm mal. Hab dich. Vor allem viel von 51. Stehen doch gleich bestimmt alle wieder auf. Ich gucke erstmal was hier Neues. Achse war. Haben wir hier noch mehr? Kommen wir hier rein. Okay. Nochmal Kohle. Und Raugar sind auch hier. Ob sie wohl gekämpft haben? Vielleicht. Scheint so. Hier irgendwas. Nö. Hier ist nix. Kommen wir da hoch? Nö, kommen wir nicht. Okay. Hacksilber. Hacksilber. Hier kommen wir rein, ne? Ja. Alles mitnehmen. Ja, mach mal. Oder rüber. Guck mal. Guck mal, der war vorher normal, ne? So wie bei dem anderen schon passiert ist, dass sie sich verwandelt haben. Kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Viel Stück noch. Ich hoffe mal, wir haben nicht irgendwo eine vergessen. Bis jetzt habe ich aber übergeguckt. Na, die nächsten Gegner gleich. Okay. So aussieht wie so ein Stein eben. Ach, hi. Hab dich. Zack. Dann war's. Sei konzentrierter. Ich würde auch auf ihn schießen können. Da hab ich aber irgendwie grad nicht gemacht. Da. Er ist unter der Säule durch. Na gut. Ich schaff das. Ellbogen hoch. Hand ruhig. Entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Vor allem ehemaliger nicht getroffen. Jetzt hat er getroffen. Okay. Junge. Atteos hin. Atreos. Atteos. Junge. Wo ist er? Wo bist du? Schnell Vater. Was haben wir hier? Hier sind mehrere Wege. Kann das sein? Atreos. Er wird langsamer. Ist das ein... Nebeldertäuschung? Oder was ist das hier? Warte auf mich, Junge! Vater, hier drüben! Okay. Atteos! Wo lang geht's? Was hast du getan? Das tut mir leid! Atreos! Atreos! Dann hilf mir jetzt! Dann hilf mir jetzt! Hier halten, bitte! Halten! Er verliert Blut! Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid! Weiter Druck ausüben! Ich bin schuld! Ich hätte aufpassen sollen! Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen! Du! Der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt! Finde beide Enden und halte sie fest! Fange links an! Greifen und halten! Nun die rechte Seite! Halt sie fest! Gut! Jetzt zieh sie zusammen! Aneinander! Sunan... Vokan... Du bist eine Hexe! Hier kann ich ihr nicht ganz heilen! Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen! Trägst du ihn? Er darf nicht sterben! Gut! Er scheint fürs Erste stabil zu sein! Greitha! Hier lang! Die Folge der Hexe! Ich kann nur gerade ausgehen! Okay! Ja, warum wir doch nicht! Tja! Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht! Sie meinte, ich wachse noch rein! Ich hab euch hier im Wald noch nie gesehen! Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause! Sie... Sie ist tot! Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel! Asche? Es war ihr letzter Wunsch! Junge! Das... tut mir wirklich leid! Ja! Ja, ich kann nicht schneller laufen! Wir sind da! Du wohnst in einem Baum? Nicht darin! Darunter! Hey, Millie! Schau! Ist schon gut! Klar, eine Schildkröte! Warum auch nicht? Junge! Es droht keine Gefahr, versprochen! Warum halt auch nicht? Aber meine Schildkröte! Schnell laufen! Er ist harmlos! Er ist harmlos! Ist nett zu Ihnen, aber wenn er einen Hubs kann, der ihn fressen! Okay! Schnell! Ey, jetzt kann er schnell laufen, wieder immer! Schnell! Leg ihn auf den Kreis da! Halt ihn ruhig! Lebst du allein? Es ist besser so! Ja, mein Vater mag Leute auch nicht! Junge! Aber stimmt doch! Halt ihn ruhig! Er verletzt sich selbst! Gut! Ruhig! Ruh dich aus! Ich brauche zwei Dinge! Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus! Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich... Ich weiß, du bist ein Gott! Nicht von dieser Welt, aber du bist einer! Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur! Oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an! Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen! Glaub mir, ich weiß es! Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig! Der Junge wird Fragen stellen! Das ist dann mein Problem! Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen! Aber du hast recht! Geht mich nichts an! Ich brauche auch Gartenschaumkraut! Eine weiße Blume in meinem Garten! Eine Handvoll! Klar! Gartenschaumkraut! Los, beweg dich! Mit dir blickt grad! Ich muss mal kurz was gucken! Habe ich hier eigentlich noch irgendwas jetzt? Er hat nichts, ne? Nein! Wir haben ja keine Rühungen! Hat mir hier noch irgendwas? Ah ja! Die können wir anlegen, ja! Ach nee, das sind die Sachen! Das sind diese Sachen! Aber wohnen haben wir keine mehr dafür, ne? Nö! Wir haben auch nicht genug wahrscheinlich! Nö! Okay! Das wird auch rausgehen, ne? Ja, ja! Irgendwann passiert das sowieso! Gartenschaumkraut! Gartenschaumkraut! Das ist wahrscheinlich hier nicht! Das ist Fisch! Was ist denn das Zeug? Da vorne oder wie? Oh, wo ist das? Wird das angezeigt oder wird es nicht angezeigt? Sie hat ja gesagt, im Garten, ne? Oder sie hat uns nur verarscht! Okay, ist das! Okay! Wäre lustig gewesen, wenn sie uns nur verbrittet! Was ist das denn für Zeichen? Und Schutz oder wie? Haben wir hier noch irgendwas, das wir mitnehmen könnten? Bevor wir wieder reingehen? Wahrscheinlich ja nicht, ne? So, ich sage, wir gucken, ich ja nicht so berbrittet! Und dann bin ich auf dem ohne Kiste, wie ich nach oben Vielen Dank.